Wieder einmal sind wir nach Cottbus gefahren, um in das grüne Paradies des Gartengestalters Hermann Fürst von Bückler-Muskow zu flanieren. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir beginnen unseren Spaziergang im Pergola-Garten. Untertitelung des ZDF, 2020 Sehr gelungen ist das Venusbeet. Mittelpunkt im Park ist das Barocke Schloss. Musik Die aufwendig restaurierten Innenräume können besichtigt werden, aber nicht am Montag und am Dienstag. Musik Musik Ab 1846 geschuf der grüne Fürst nach englischem Vorbild diesen Landschaftpark. Musik 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 Kugelberg Musik Musik Kugelberg Musik 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 Das besondere Merkmal im Branitzer Park sind die zwei Pyramiden. Musik 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 In der Wasserpyramide sind der Fürst und seine Frau Luzi bestattet. Musik An der Landpyramide legen wir eine Pause ein. Musik 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 Aber auch das hat wieder Schloss geschlossen. Musik Und einer Tasse Kaffee den Ausflug in das grüne Paradies beenden. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020